Hallo liebe Freunde, willkommen zur Let's Play Cry of Fear. Ja, wir haben uns gedacht, wir spielen die Jocker mal im Coop-Modus mit dabei der Monster. Hallo. Ja, und ich heute mal mit Facecam, damit man mal sieht, was eigentlich hier so abgeht dann in dem Spiel. Ich meine, ich habe es noch nie gespielt, ey. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe jetzt schon Respekt davor, wenn ich schon die Musik da im Hintergrund höre. Ja, das wird schon. Meinst du? Ja. Dein Name? Super Unknown. Ja, geil, ich finde Unknown. Ja, der Unknown bei XRP. Ja, den Text, ich spare mir das einfach, ich lese euch den jetzt nicht vor, aber ich werde schon ganz zappelig auf meinem Stuhl. Ich sehe es kommen, meine Freundin kommt dann später heim. Du schrückst dann. Ich stehe in der Tür und ich schreie einfach. Ah, da stehst du auch schon rum. Oh mein Gott. Also, wenn es dich nervt, dieses Bildschirmkrisseln kannst du auch ausstellen. Nö, ich finde es dann nicht ganz gut. Okay. Okay, also, where is Simon? Chapter 9. Also, das ist dann am Ende vom Cry of Fear, von der normalen Kampagne, ist das hier dann in seinem Haus. Hier wohnt er dann. Mhm. Und dann ist es irgendwie scheinbar von der Polizei. Okay. Und, where is Simon? Simon is not home. Ja. Denk mal, wir müssen einfach mal die Straße weiter. Okay, okay. Gott. Lauf! Mach mir gerade meine Hotkeys. Ach, Hotkeys braucht kein Mensch. So. Komm. Ich habe einen Schlagstock. Oh, cool. Wie kann man hier Waffen wechseln? Auf Tab kannst du es irgendwann aufmachen. F ist Flashlight. Combine. Ja. Wohin geht es eigentlich? Nein, es geht leider nicht. Nö, geht nicht. Na gut, dann auf geht's. Okay. Also, die Muni sollte man im Spiel, glaube ich, nicht so verschwenden. Ich glaube, hier... Oh, hier ist eine Spritze. Ah. Das ist H&P. Okay. Und wahrscheinlich bald Gegner. Also, auch ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Also, ich weiß nur so... Bisschen was aus Let's Plays oder sowas. Ja, es ist so ein paar Sachen. Weißt du ja schon. Das gehe ich mal davon aus, ey. Ja, aber viel auch leider nicht. Oh, man. Zum Beispiel gibt es hier auch echt fiese Gegner. Vor allem, was das coole ist, ne? Hier steht schon wieder ein Audi. Nee. Nee, da fehlt ein ganzer Ring. Ja, da steht es doch. Out 10. Out 10. Okay. Wo bist du? Ach, hier. Hinter dir. Ah, Flashlight. Ganz wichtig. Ich laufe natürlich im Horror-Schocker ohne Taschenlampe. Dann nimm du mal das Magazin. Wo? So ein bisschen unter dir. Die Items unter dir am Boden. Genau. Die Items, die leuchten immer so ein bisschen rot. Und, äh, das ist vielleicht ein bisschen aufteilig. Ja, wir müssen, wo müssen wir denn hin? Warte. Da hinten ist irgendwie eine Tür. Und, äh... Jetzt warte ich schon, ich wollte schon schießen. Ach, warte mal, jetzt nehm ich mir mal dann wieder das Magazin. Am besten so, oder? Das war halt ein bisschen aufteilen. Ja, ja, klar. Äh. Vielleicht geht's mir noch. Was? Hier nimm du wieder ein Magazin. Okay. Okay. Oh, man. Warum liegt da eigentlich vor den ihren Türen Munition? Ja, das frag ich mich eigentlich auch. Wie gefällt das hier gar nicht? Nein. Oh. Kann man hier durch? Ja. Ah, das heißt Kapitel geschafft. Okay, das Spiel ist so gruselig. Oh mein Gott. Oh Gott. Dann werden alle sterben. Oh, hier ist ein K98. Das nehm ich mir mal. Oh, you have been disconnected from the server. Was? Okay. Ja, dann, äh... Komm noch mal rein. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Chugga! Geht. Äh, liebe Leute. Entschuldigt bitte diese Verbindungsabbrüche. Oh Gott, er ist ein Gegner. Wo? Wo, wo, wo? Äh! Bäh! Ist so eklig. Stirb. Äh, hast du noch deine Sachen? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab dich gar nicht gesehen. Der kommt dann plötzlich da so. Alter. Ich hab's das ganze Magazine verfallen. Ich hab zum Glück noch drei Stück. Äh, Alter. Und vor allem... Alter, ich hab jetzt Gänsehaut. Hier, nimm dir mal, nimm dir mal die Shotgun, bitte. Wo, 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 wo. Shotgun. Ich find dich nicht mal. Ja. Ja, Shotgun. Oh, Tim, bleib bei mir, bitte. Oh, ich versuch's. Okay. Alles klar, vier Schuss. Ah, wo sind... Ah, auf jeden Fall. Das Spiel, glaub ich, glaub ich, in Schweden, das Spiel. Redding Stearnsden. Ah, ich kann leider das Nummernschritt nicht lesen, warte. Ich versuch's zu intensifizieren. Oh, Tim. Erschreck mich nicht so, Alter. Nee, du schießt auf euch mit der Shotgun. Ey. Alter, mach mich nicht schwach, echt. Oh mein Gott. Au! Stirb! Nein! Stirb doch! Alter, werden die schnell. Ha? Das war ein Kopfschuss. Ha! Der Penner. Ah, guck mal. Ah, da ist ein Bett. Das sind so fliegende Betten, die schießen mit irgendwas. Ich weiß nicht, was. Warte mal, ich nimm mal die Pistole, weil ich glaub, mit der treff ich besser. Mit der mittleren Maustaste kannst du auch zielen. Ach, mit der mittleren! Das ist ein Datsch. Mit der rechten Maustaste schlägst du. Oh! Wie kann man so ein Bett töten? Äh, da hängt unten einer dran und da musst du draufschießen. Ah, und wenn das Bett am Boden liegt, ist alles gut. Ja. Oh mein Gott. Da hört... Tim! Was denn? Ich suche hier grad nach Stuff. Oh, diese Musik. Oh, du hast das Bett, die spawnen. Oh Gott, da ist noch eins. Ja, und ein Zombie. Würde du den? Ich geh aufs Bett. Ja. Hab ich. Oh, ich hab keine Muni mehr. Und was ist das hier? Ich erschlag dich! Oh mein Gott! Gott Gott! Warum bin ich tot? Weil da einer mit so einer Kettensäge kam. Oh mein Gott! Oh Gott! Alter! Puh! Ich nehm diesmal die Shotgun und du nimmst diesmal das Gewehr. Alles klar, ich bin voll dabei. Welches Gewehr? Äh, das liegt da vor dir, genau. Nice! Oh mein Gott! Verrecke! Oh, lass doch mal das Gewehr ausrüsten. Nein! Los! Äh, und wenn du, also nicht glaub, ich glaub das war hier auch so, dass du nicht zwischendrin nachladen darfst. Sondern, dass du, äh, immer hier Ding, ne? So, Magazine verlierst, ja. Achso, ich darf nicht nachladen. Also, wenn, wenn du es nicht wirklich brauchst. Da ist ein Zombie! Oh, oh, oh! Musst du hier in das Bett? Alter, dieses Bett stirbt nicht! Musst unten drauf schießen. Hab ich doch! Echt? Okay. Oh, Alter. Spoiler, Alter. Achtung, geh mal noch nicht so weit, dann guck mal. Nein, 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 nein. Weil da kommt wieder dann der mit der Kettensäge. Oh mein Gott, ey. Oh, hier. Oh. Hey, wir stehen uns an, wie die Hunde zum Eier legen, echt. Boah, let's play Cryo 4, ne? Ohne Mist. Ja, wir sind halt ein bisschen aufgeregt. Ey, vor allem, ich darf kein Outlast spielen. Oh mein Gott. Geh nicht zu weit, geh nicht zu weit. Da ist der Kettensägenmann. Das stirbt doch. Tim, ich hab keine Munition mehr. Ah, das sah jetzt cool aus, okay. Wir haben den Kettensägenmann gekillt. Ja, ja. Aber schade, dass man die Kettensägen nicht nehmen kann. Da müsste man zu nahen, die geht da ran. Oh, da ist noch ein Bett. Ja. Ich hab's getroffen. Oh, nice. Ah, und ich hab nachgeladen. Ah, ja. Boah, komm mal hier. Boah, Gott. Also, ich hasse diesen Headbob. Jetzt schon. Da ist ein Haus offen, da will ich hin. Eigentlich ja nicht, aber... Oh mein Gott, da ist eine Oma. Eine Oma? Na, so eine... Nee, nicht Oma. Oh mein Gott, ein Kind ist explodiert. Echt? Ja. Jetzt hab ich ihn wieder nachgeladen. Oh, der war sauber. Ja, guck mal an. Oh, da ist noch eins. Oh, der war sauber. Die kommen von da links. Oh, Alter. Die hatten deutlich zu viele Kinder. Ja. Oh, ne Spritze, die nehme ich nochmal. Ja, ja, klar, mach mal. Looks like morphine. Das ist das strongste. Hast du zufällig noch, ähm... Warte mal. Schnell mal auf Pause machen. Das hab ich ausgestellt. Dass sie pausieren können. Ja, ist okay. Okay. Ich muss nur mal den Spielsound anmachen. Weil ich will auch hören, wenn die kommen. Wenn die... Oder was auch immer die machen. Hast du es nicht an? Nein, ich hatte es gerade aus. Ich hatte gerade nur die Musik an. Und die wird mit der Zeit echt... Oh, Psycho. Ganz ehrlich. Ah, okay. Hier ist dann Levelsprung. Okay. Ja, dann springen wir mal ins Level. Also, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der ersten Folge von Let's Play Cry of Fear. Boah, wenn das so weitergeht, hey. Ich glaub, äh, Herzinfarkt. Oh, äh. Alter. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir wird gerade warm. Ich glaub, ich mach jetzt auch mal die Tür zu. Ich kack mich echt ein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So.